In diesem Einsteiger-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einfache Animationen erstellen könnt und gehe auf einige wichtige und interessante Effekte in After Effects ein. Wenn ihr zu einer bestimmten Stelle im Video springen wollt, könnt ihr einfach auf die Timecodes in der Videobeschreibung klicken, aber dennoch empfehle ich euch, dass ihr das komplette Video anschaut, um keine wichtigen Grundlagen zu verpassen. After Effects ist ein Programm, das vorwiegend für 2D-Animationen und Effekte genutzt werden kann. Es ist somit nicht direkt ein Schnittprogramm, wie beispielsweise Sony Vegas, Final Cut Pro oder Premiere Pro. Zunächst einmal schauen wir uns die Programmoberfläche an. In der Mitte ist das Vorschaufenster zu sehen. Hier seht ihr einmal die Vorschau der Komposition und die der Ebenen. Was eine Komposition und eine Ebene ist, erkläre ich später noch genauer. Links ist das Projektfenster zu sehen. Das ist sozusagen der Medienpool, in dem euer importiertes Footage und die Kompositionen des Projekts angezeigt werden. Der zweite Reiter hier im Projektfenster ist, wie der Name schon sagt, für die Effekteinstellungen zuständig. Hier werden die Effekte kontrolliert und beispielsweise die Intensität eines Effekts angepasst. Das untere Drittel des Programms wird durch die Timeline ausgefüllt. Dort werden die einzelnen Ebenen der Timeline angezeigt und natürlich auch die Timeline selbst, die im Grunde wie in Videoschnittprogrammen wie beispielsweise Premiere Pro funktioniert. Rechts sind dann noch weitere Fenster zu sehen, wie beispielsweise das Fenster Effekte und Vorgaben. Diese Fenster können entfernt werden und es können noch weitere Fenster hinzugefügt werden. Ganz oben seht ihr noch verschiedene Werkzeuge, auf die ich später noch eingehen werde. Fangen wir nun mit einem Beispielprojekt an. Hierzu gehen wir erstmal auf Ablage Neu und wählen Neues Projekt aus. Nun muss ich eine neue Komposition erstellen. Eine Komposition ist sozusagen die grundlegende Einheit eines Films oder Videos, die mit der Sequenz in Premiere Pro zu vergleichen ist. Ein Projekt besteht aus mindestens einer Komposition, kann aber auch mehrere Kompositionen beinhalten. Um die Komposition zu erstellen, klicke ich hier unten auf diesen Kompositions-Button. Ich möchte eine Full-HD-Komposition erstellen, deshalb gebe ich hier 1920x1080 Pixel ein und bestätige mit OK. Grundsätzlich ist After Effects ein Animationsprogramm. Die einfachste bzw. auch wichtigste Möglichkeit für Animationen sind sogenannte Keyframes. Keyframes, also Deutsch, Schlüsselbilder, kann man sich folgendermaßen vorstellen. Wir möchten ein Objekt, zum Beispiel einen Text im Zeitraum von 2 Sekunden von 50% auf 100% vergrößern. Wenn wir eine Komposition mit 24 Frames, also das sind die Einzelbilder, aus denen ein Video besteht, pro Sekunde haben, müssen wir rein theoretisch innerhalb von 48 Frames den Text Frame für Frame, also Bild für Bild, größer machen. In After Effects können wir jedoch einfach festlegen, dass wir am Anfang der 2 Sekunden den Text auf 50% Größe haben möchten und am Ende auf 100%. Um das zu machen, erstellen wir mit dem Textwerkzeug einen Text, passen diesen Text in der Schriftart und Größe unseren Wünschen an und haben somit eine Textebene. Die Ebenen in After Effects funktionieren ähnlich wie in Photoshop. Die oberste Ebene verdeckt somit die darunterliegenden Ebenen, wenn sie keine transparenten Bereiche enthält, also wenn nicht irgendwie was durchsichtig ist. Den Text zentrieren wir nun auch noch. Dazu klicken wir oben auf Fenster und auf den Unterpunkt Ausrichten. Nun ist das Fenster Ausrichten eingeblendet. Wir markieren nur die Textebene und klicken im Ausrichten Fenster sowohl auf horizontal als auch auf vertikal ausrichten bzw. zentrieren. Somit ist der Text perfekt mittig zentriert. Nun klicken wir auf diese Textebene und springen an den Anfang des Videos. Anschließend drücken wir S auf der Tastatur und öffnen somit den Unterpunkt Skalieren und stellen die Skalierung auf 50%. Dann drücken wir auf diese kleine Stoppuhr neben dem Schriftzug Skalieren und erstellen somit unseren ersten Keyframe. Danach springen wir zwei Sekunden nach vorne und stellen die Skalierung auf 100%. After Effects erstellt nun automatisch einen Keyframe, den ihr hier unten sehen könnt mit diesem Punkt da, da der Wert der Skalierung sich geändert hat und wir da vorher einen Keyframe gesetzt haben. Wenn wir nun das Video abspielen lassen, sehen wir, dass der Text sich vergrößert, also von 50% auf 100%, wie wir es festgelegt haben. Das gleiche können wir auch mit der Position machen. Ich möchte, dass der Text am Ende des Videos innerhalb von einer Sekunde herausfährt. Dazu springe ich zu Sekunde 2 und klicke, während ich die Textebene markiert habe, P auf der Tastatur und öffne somit den Unterpunkt Position. Auch hier drücke ich auf diese kleine Stoppuhr und gehe im Anschluss eine Sekunde weiter nach vorne und ziehe den waagrechten Regler, also den, der für die X-Achse sozusagen zuständig ist, der Position soweit, bis der Text nicht mehr im Bild zu sehen ist. Auch hier wird wieder automatisch ein Keyframe erstellt. Wenn wir uns jetzt das Video anschauen, sehen wir die gewünschte Animation. Die Keyframes kann man natürlich für alle Transformationsoptionen benutzen, also diese Optionen wie zum Beispiel die Skalieren und die Position. Und das funktioniert dann nach dem gleichen Prinzip, das heißt wir könnten zum Beispiel auch einfach die Deckkraft mit Keyframes verändern. Um uns erstmal in der Timeline zurechtzufinden und Ebenen zum Beispiel auch beschneiden zu können, müssen wir uns mit einigen Tasten kürzeln und Gesten vertraut machen. Wie ihr gerade schon gesehen habt, spielt man ein Video durch Drücken der Leertaste ab. Ebenen können wir beschneiden, indem wir entweder einfach die Maus nehmen und am Anfang oder Ende des Videos einen Teil wegschneiden oder wir gehen an die Stelle, an der wir etwas wegschneiden wollen. Dort drücken wir Alt und Ä, um den hinteren Teil ab dieser Stelle wegzuschneiden oder Alt und Ö, um den vorderen Teil wegzuschneiden. Um die Länge der Komposition zu verändern, drücken wir Command bzw. auf Windows Steuerung und K und ändern dann unsere Komposition auf die gewünschte Länge. Um einen Clip in zwei Ebenen zu splitten, drücken wir Command bzw. Steuerung Shift und D. Um eine Ebene unsichtbar zu machen, klicken wir auf das Auge am Anfang der Timeline neben der Ebene. Dort können wir auch eine Ebene auf Solo schalten, also so dass nur diese Ebene sichtbar ist oder eine Ebene sperren, so dass wir an dieser Ebene nichts ändern können. Um in der Vorschau heranzuzoomen, drehen wir einfach am Mausrad und drehen dementsprechend eben einfach nach vorne oder nach hinten, dementsprechend ob wir heran- oder rauszoomen wollen. Den Green Screen Effect bzw. Blue Screen Effect kennt ihr sicherlich. Hierbei wird ein Objekt oder eine Person vor einem grünen oder blauen Hintergrund gefilmt. Dadurch kann die Person oder das Objekt freigestellt werden und vor einem anderen Hintergrund platziert werden. Um den Green Screen Effect in After Effects anzuwenden, zieht ihr euch euer Green Screen Footage erst aus dem Finder, also bei Mac, bzw. aus dem Windows Explorer, also unter Windows, per Drag & Drop ins Projektfenster und anschließend auf den Kompositionsbutton, um eine Komposition mit den Einstellungen eures Green Screen Clips, also vor allem mit der gleichen Anzahl an Bildern pro Sekunde und der gleichen Auflösung, zu erstellen. Um nachher zu sehen, wie gut der Green Screen Effect funktioniert, erstellen wir uns eine rote Farbfläche. Dazu gehen wir oben auf Ebene, Neu und Farbfläche. Anschließend wählen wir uns die Farbe Rot. Die Ebene der Farbfläche ziehen wir nun unter den Green Screen Clip, also unter die Ebene des Green Screen Clips. Somit können wir sehen, wie viel vom Green Screen nichts sauber weggekieht, also keyen ist sozusagen das Entfernen der grünen Farbe, was davon nichts sauber weggekieht wurde. Da das Bild nicht komplett vom Green Screen und der Person jetzt hier bei unserem Beispiel Footage bedeckt ist, sondern auch noch andere Bereiche sichtbar sind, wie zum Beispiel jetzt hier noch der Hintergrund des Zimmers, die wir eben nicht sehen wollen, müssen wir auch die Bereiche ausmaskieren. Dazu gehen wir oben bei den Werkzeugen auf das Zeichenstift Werkzeug und zeichnen uns eine Maske um den Hintergrund, den wir später nicht mehr im Video haben wollen. Das Problem ist, dass jetzt nur der ausmaskierte Bereich und nicht der Bereich, den wir eigentlich sehen wollen, sichtbar ist. Deshalb markieren wir den Green Screen Clip und drücken M auf der Tastatur. Damit öffnen wir den Unterpunkt Maske. Um nun den Bereich zu sehen, den wir tatsächlich sehen wollen, stellen wir die Maske von Addieren auf Subtrahieren um. Jetzt sehen wir nur noch den Green Screen und unsere Person und deshalb können wir nun den Green Screen Effekt anwenden. Dazu sucht ihr im Fenster Effekte und Vorgaben nach dem Effekt Key Light. Wenn das Fenster Effekte und Vorgaben bei euch nicht angezeigt wird, könnt ihr es über Fenster, Effekte und Vorgaben aktivieren. Den Key Light Effekt zieht ihr nun auf euren Green Screen Clip drauf. Im Projektfenster wählt ihr nun den Reiter Effekteinstellungen, um den Green Screen Effekt kontrollieren zu können. Bei mir geht es hier mit den Screen Gain und Screen Balance Werten, die ihr hier seht, am besten. Aber da muss man halt einfach auch ein bisschen rumspielen, um da jetzt noch auf den richtigen Wert zu kommen. Wenn es eben dementsprechend nicht so gut aussieht und noch zu viel vom Green Screen sichtbar ist. Anschließend stelle ich die Ansicht auf Combine Made, sorry wenn ich es jetzt falsch ausspreche, und öffne den Unterpunkt Screen Made. Hier spiele ich jetzt mit den Werten Clip Black und Clip White ein bisschen herum, bis mein Objekt, das ich freistellen möchte, komplett weiß ist und der Hintergrund komplett schwarz. Wenn ich jetzt auf Final Result umstelle, sieht man bei mir immer noch kleine Artefakte, also so komisch aussehende Pixel kann man schon fast sagen, am Objekt. Deshalb kann es in manchen Fällen helfen, die Methode, wie das ersetzt wird, auf Hardcolor umzustellen. Jetzt schauen wir uns noch einmal das fertige Ergebnis an und bei mir passt das schon so recht gut. Wenn es bei euch nicht so gut passt, müsst ihr einfach nochmal mit den Werten herumspielen, bis ihr einen akzeptablen Wert erhaltet. Jetzt können wir natürlich den roten Hintergrund entfernen und unseren Wunschhintergrund, also bei mir ist das jetzt einfach so ein Strandbild, was ich mir jetzt erstmal aus dem Finder hole und dann eben ins Projektfenster ziehe, anschließend in die Komposition einfügen. Afterfacts bietet eine weitere Möglichkeit, Objekte auch ohne Greenscreen freizustellen. Wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich mache ein separates Video dazu. Wenn ihr jetzt das Video abspielt, kann es sein, dass es noch ein bisschen ruckelt, sofern ihr nicht den schnellsten PC habt. Das liegt einfach daran, dass der Computer das nicht schnell genug berechnen kann und eben somit die Vorschau nicht in Echtzeit wiedergegeben werden kann. Hierzu stellt ihr im Vorschaufenster die Auflösung von voll auf zum Beispiel halb oder viertel um. Somit seht ihr das Video im Vorschaufenster zwar nicht mehr in bester Qualität, aber wenigstens ruckelt es nun nicht mehr. Wie ihr eine herkömmliche Komposition erstellen könnt, habe ich ja bereits gezeigt. Aber was ist, wenn ihr innerhalb einer Komposition Ebenen zu einer weiteren Komposition zusammenfassen wollt? Dazu wählt man mit gedrückter Shift-Taste alle Ebenen aus, die man gruppieren möchte und wählt mit rechter Maustaste Unterkomposition erstellen aus. Somit erstellt sich innerhalb der Komposition eine weitere Komposition mit den ausgewählten Ebenen. Diese kann man dann nochmal mit dem Doppelklick öffnen, um dann eben die einzelnen Ebenen zu sehen. Jedoch kann die Unterkomposition auch wie eine einzige Ebene behandelt werden, was gerade dann sinnvoll ist, wenn ein Effekt auf alle Ebenen der Unterkomposition angewendet werden soll. Das ist jetzt gerade für unseren Effekt sinnvoll. Ich habe euch ja gerade eben das einfache Animieren mit Keyframes gezeigt. Wenn wir jetzt aber komplexe Animationen erstellen möchten, wäre es natürlich sehr aufwendig, wenn wir jeden einzelnen Keyframe händisch erstellen müssten. Hierzu gibt es in After Effects eine sehr gute Möglichkeit, um auch komplizierte Animationen zu realisieren. Und zwar geht das mit den sogenannten Expressions. Diese sind mit Skripten zu vergleichen, also so Javascript und so weiter, die man eingibt, damit After Effects weiß, was man mit der Expression erreichen möchte. Das Footage, was aktuell in meiner Komposition liegt, ist, wie man erkennt, auf einem Stativ aufgenommen worden. Um die Ästhetik des Videos zu verbessern, möchten wir dem Zuschauer suggerieren, dass das Video aus der Hand gefilmt worden ist. Hierzu können wir uns die Expressions zunutze machen. Dazu klicken wir auf unsere Unterkomposition und drücken P auf der Tastatur. Anschließend drücken wir mit der Alt-Taste auf die Stoppuhr neben dem Schriftzug Position. Dann klappt hier so eine Art Textfenster auf, in die man die Expressions eingeben kann. Um nun den Effekt Verwackeln anzuwenden, geben wir hier in das Textfeld Wriggle auf 5,20 ein. Die Werte in der Klammer könnt ihr selbst noch anpassen. Die erste Zahl hinter der Klammer steht für die Frequenz des Wackelns, also wie oft es in der Sekunde wackelt, während die zweite Zahl für die Intensität des Wackelns steht. Also wie stark es wackelt. In After Effects können wir auch eine virtuelle Kamera erstellen. Damit können wir sozusagen mit einer virtuellen Kamera durch einen virtuellen 3D-Raum fliegen. Um das machen zu können, erstelle ich mir eine Full-HD-Komposition über den Kompositionsbutton. Ihr wisst ja wie das geht. Anschließend ziehe ich mir zwei Bilder ins Projektfenster und dann danach auch noch in die Komposition natürlich. Nun klicke ich unten auf die Schaltfläche Schalter Slash Modi. Somit werden neben den Bildern so kleine Symbole angezeigt. Ich klicke hier bei beiden Bildern auf diesen kleinen Würfel da. Somit mache ich die Bilder zu 3D-Ebenen. Das bedeutet, dass ich sie zum Beispiel bei der Position nicht nur mit der X- und Y-Koordinate, also im zweidimensionalen Raum, bearbeiten kann, sondern auch im dreidimensionalen, also noch mit der sogenannten Z-Koordinate. Um jetzt noch die versprochene Kamera zum Einsatz zu bringen, geht hier oben auf den Reiter Ebene, Neu, Kamera. Die vorgegebenen Einstellungen bestätigen wir dann einfach mit OK, weil das jetzt hier in meinem Fall alles so passt. Auch die Kameraebene kann nun in allen drei Dimensionen bewegt werden. Das sehen wir dann, wenn wir hier den Unterpunkt Transformieren öffnen und dann mal an den Werten für die Position herumspielen. Natürlich kann man auch hier Keyframes setzen, um so zum Beispiel eine coole Diashow, die dann eben so einen dreidimensionalen Effekt hat, zu machen. Auf das Exportieren bzw. Rendern möchte ich hier in diesem Tutorial nicht weiter eingehen. Ich kann das aber auch auf Wunsch in einem weiteren Tutorial vertiefen. Grundsätzlich geht es so, dass ihr hier auf Ablage und Exportieren geht und dann zur Media Encoder Warteschlange hinzufügen auswählt. Somit wird eure Komposition in den Media Encoder geladen und kann dort in einem beliebigen Dateiformat exportiert werden. Ich wähle meistens hier H.264 aus, um daraufhin eine etwas komprimierte Datei zu erhalten, die sich perfekt für den Upload auf YouTube eignet. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr noch Fragen zu After Effects habt, schreibt es in die Kommentare. Hier rechts seht ihr noch 2 Videos von uns eingeblendet und wenn ihr auf das Logo drückt, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Also ciao, bis zum nächsten Video.